Liebe Zuhörende, die sieben, die drei und das Ass. In einer Oper von Tchaikovsky sind das die Karten, die am Spieltisch Gewinn garantieren. Die sieben, die drei und das Ass. Zunächst die sieben, eine Glückszahl im Westen wie auch in Odessa. Von dort stammt das Lied Gopsa Smikam, ein Gaunerlied. Durchsetzt mit Argot besingt es das Leben eines Räubers, der nichts bereut. Der Publikumsliebling Leonid und Yosuf, ebenfalls aus Odessa, darf mit seiner Band im Krimmel vor ausgewählten Zensuren auftreten. Während des Konzerts erhält er den Befehl des anwesenden Stalin, er solle Gopsa Smikam spielen. Doch das Lied ist aufgeheiß Stalins verboten. Was soll der Musiker tun? Den Befehl Stalins missachten oder des Gesetz Stalins? Die sieben, die drei und das Ass. Zuversicht dreimal auf Gewinn. Nun die drei, eine heilige Zahl. Nicht nur im Osten. Der jüdisch-polnisch-russische Komponist Mieczysław Weinberg schreibt eine Oper mit dem unscheinbaren Titel Die Passagierin. In einer Szene wird der Geiger Tadeusz in Auschwitz von einem deutschen Offizier aufgefordert, zu seinem Amusement aufzuspielen, einen süßlichen Walzer. Stattdessen intoniert er die Chaconne in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Der polnische Widerstandskämpfer verteidigt die deutsche Kultur gegen den vulgären Nationalisten. Die glasklare Logik Bachs konterkariert die schmierige Unlogik der Gewaltherrschaft. Das kann der Nazi nicht ertragen. Tadeusz wird abgeführt in den Tod. Die sieben, die drei und das Ass. Aller guten Gewinne sind drei. Das Ass ist ein sicherer Stich eigentlich. Doch das Spiel geht schief, weil auf Big Dumb gesetzt wird. Grausig schief. Eine Inszenierung der Tchaikovsky-Oper an der Mailänder Skala. Die Premiere am 23. Februar 2022. Ein Jubel um Toaster Erfolg. Stunden später fallen die ersten Raketen auf die Ukraine. Wissen Sie, wo die ersten zwei Aufführungen von Big Dumb stattfinden? In St. Petersburg am 19. Dezember 1890 und in Kiew am 31. Dezember des selben Jahres. Elf Tage dazwischen. Die sieben, die drei, plus ein vermaledeites Ass. Das Verhältnis von Kunst und Macht, es ist komplex. An der Skala dirigiert ein Mann namens Valery Gergiev. Ein Meister am Pult, ein Virtuose der Macht. Einige Wochen später wird ein Video von Alexej Nawalny veröffentlicht. Er steht vor der Metropolitan Opera in New York als hemmsärmeliger Talkshowmaster. Er beherrscht die Klaviatur der vermeintlich harmlosen Ironie, die zu ätzen werden beginnt, je tiefer er uns in den moralischen Morast führt. Denn der Mann, der den Taktstock schwingt, erweist sich als Großgrundgewinnler. Dutzende Immobilien, vor allem in Italien, eine Villa mit 18 Zimmern in einem Golfclub, ein ganzes Kapp in Amalfi, 30 Hektar in Rimini, 800.000 Quadratmeter in Mailand, ein Palazzo in Venedig und 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 und. Das Ass im Ärmel dieses Dirigenten ist sein eigener Wohltätigkeitsfonds, an dem er sich nach Belieben bedient, gefördert von den mafiösen Banken seines Landes und von der Moskauer Regierung. Vier Milliarden Rubel insgesamt. Nun, da wir dies wissen, stellt sich die giftige Frage. Was hören wir, wenn wir seiner gefeierten Interpretation von Igor Stravinsky's Le Sacre du Printemps erneut lauschen? Schamanen in Trance am Lagerfeuer oder Satrappen, die um das goldene Kalb tanzen? Wilde Ekstase oder hemmungslose Huldigung der schlimmsten Zivilisationskrankheit, der Gier. Was wird geopfert? Die Jungfräulichkeit oder der Anstand? Das ist nicht mehr Tchaikovsky und auch nicht mehr Stravinsky. Das ist eher Kurt Wall. Das sind die sieben Todsünden und vor allem eine, die Habsucht. Washtzi ilizimeri, wiederholt Alexej Nawalny, sowohl russischer wie ukrainischer Abstammung, in beiden Sprachen beheimatet. Inzwischen Häftling in der Strafkolonie Nummer sechs. Lügner und Heuchler. Nicht nur in Russland. Vergessen wir nicht die deutschen und österreichischen Groupies von Putin, die mit seinen oligarchen Händchen gehalten haben. Bekanntlich wäscht eine lupenrein demokratische Hand die andere. Darunter ehemalige Kanzler und Ministerinnen. Wie viel sinecure befriedigt die Gier? Seit dem 24. Februar dieses Jahres zeigt der Krieg wieder einmal seine Fratze. Der Krieg. Die schlimmste Waffe der Macht. Die ultimative Erniedrigung des Menschlichen. Imperiale Alchemie, bei der verkohlte Männer in heroische Diamanten verwandelt werden. Die zerstörten Städte in der Ukraine sind nicht Ausdruck unfassbaren Wahns, sondern unvermeidbare Logik, unvermeidbare Folge der Logik enthemmter Macht. Oder wie Stalin gesagt hätte, kein Mensch, kein Problem. Seit Kriegsausbruch sprechen wir die Sprache des Krieges. Antworten auf jede Frage mit einem entschiedenen Ja oder Nein. Oft ohne die Frage wirklich verstanden zu haben. Reden von Kriegsverbrechen und vergessen, dass der Krieg an sich ein Verbrechen ist. Unabhängig davon, wie gerechtfertigt die Selbstverteidigung sein mag. Egal wie die Aggressoren vordringen. Der Krieg ist perverse, redundante Monotonie, die nichts anderes zulässt als den einen, den angeblich wahren Ton. Wissen Sie, was Kunst ist? Es ist die seltene Gelegenheit, Ihr Handy auszumachen. So ist es einmal und immer wieder. Am 12. August 1914 marschieren 200.000 österreichisch-ungarische Soldaten siegessicher über die Drina und die Savien Serbien ein, stoßen auf verbitterten Widerstand. Scharmützel auf Scharmützel, die imperiale Armee weicht zurück, das Oberkommando stachelt die Truppen an. Jede Humanität und Weichheit ist höchst unangebracht. Die Soldaten vernichten Dörfer, hinterlassen verbannte Erde, vergewaltigen Frauen, exekutieren Männer. In dem Städtchen Schabbats zum Beispiel 60 Zivilisten, vor der Kirche abgeschlachtet mit dem Bayonett. All das ist dokumentiert in dem 1916 erschienenen Bericht eines Schweizer Professors namens Reis, übersetzt in mehrere Sprachen. Niemand wurde bestraft. Schlimmer noch, diese Massaker sind so gut wie vergessen. Hingegen werden in jedem Örtchen dieses schönen Landes die eigenen Kriegshelden heldengemäß gewürdigt. Das ist anderswo nicht anders. Unter der Schläfe des Friedens pocht der kriegerische Puls. Was uns am Krieg erschüttert, ist nicht nur der Tod, sondern die Vereitelung des Lebens in seiner ausufernden Schönheit. Es ist seine Gewalttätigkeit auch in der Sprache. Was sich in friedlicheren Zeiten als Stottern und Stammeln offenbart, entwickelt inmitten von Bombeneinschlägen eine unentrinnbare Zwanghaftigkeit. In ihrem Schatten hat alles andere zu verstummen. Alle Ambivalenzen, alle Schattierungen, alle Nuancen. Ratschläge werden brachial zu Schlägen. Und aus dem guten Rat wird im Salutierschritt der Verrat. Es wird nicht gesät und geerntet, sondern geplündert. Es wird nicht getanzt, es wird exerziert. Der Krieg setzt einen alten jiddischen Fluch in die leidvolle Tat um. Alle Zehen sollen dir herausfallen, nur eine soll dir bleiben auf Zonnwetig. Mögen dir alle Zehne ausfallen, außer jenem, der dir Schmerzen bereitet. Krieg ist verdammte Eintönigkeit. Das Verhältnis von Kunst und Macht, es ist sehr komplex. Die Wahrheit des Tages ist nicht die Wahrheit der Nacht. Weswegen Kunst fast nie vom Krieg inspiriert, sondern dem Krieg auf mühsamste Weise abgerungen ist. Die Ästhetik ist ein Opfer mörderischer Intoleranz. Die Kunst und der Krieg sind Antipoden. Nehmen wir Isak Babel, auch er aus Odessa, ein gebildeter Feingeist, durch und durch friedfertig, der sich unerbittlich zwang, aus einem Gefühl der Verantwortung heraus, Eindrücke von der furchterregenden Gewalt und Brutalität des Bürgerkriegs in der Sowjetunion nach 1918 einzufangen. Er setzte sich dem Verhassten aus, um es in seine eigene Sprache zu verwandeln. Und das Ergebnis ist niederschmetternd, kaum erträglich. Einen Kusaken lässt er sagen, mit der Kugel Babel kannst du nicht dorthin dringen, wo der Mensch eine Seele hat. Und du kannst nicht rausfinden, wie sie ist. Aber ich schone mich selbst auch nicht. Ich stampfe manchmal auf dem Feind herum, eine Stunde lang, weil ich wissen will, wie es da drinnen aussieht. Bei Babel gibt es keine Heroisierung, keinen Hass. Wie überhaupt die Literatur ein Universum der Vielfalt ist, mit vielen Tonarten in Verwendung. Wer aus Hass schreibt, um eine Rechnung zu begleichen, geht ästhetisch bankrott. Jenseits des poetischen Wortes herrscht die Einfalt. Oder hören wir den dritten Satz des zweiten Streichquartetts von Bela Bartok, fast zeitgleich mit Babels Kurzgeschichten entstanden. Die Trauer dieser lyrischen Dissonanz zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Ein Strudel erfasst uns. Wir fallen ins Haltlose über das Zupfen der letzten Noten hinaus. Kondensierte Verzweiflung nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges. Doch auch hier, wie schon bei Babel, gibt es Momente lebensbejahender Schönheit. Die Kunst hält Erhöhung und Erlösung bereit. Gegen die Fernsehbilder können wir abstumpfen. Gegen die Aufschrei der Kunst gibt es keine Immunisierung, solange wir noch Gefühle haben. Ein Vogel geistert durch die Mythologie Usbekistans. Ein hässlicher, aschfarbener Vogel namens Kognus. Er hat tausend Zähne im Schnabel. Und jeder Zahn singt eine andere Melodie. Er sammelt Dornen und Zweige, baut sich ein Nest und beginnt zu singen. Sein Gesang ist unerträglich schön. Die menschlichen Zuhörer werden krank. Der Gesang entzündet den Vogel. Er verbrennt. Der Asche entschlüpft ein Küken, das sein Leben damit verbringt, Dornen und Zweige zu sammeln, um eines Tages seinen eigenen Scheiterhaufen bauen und darauf singen zu können. Damit ist der Bogen geschlagen. Der Krieg lässt nur noch den Zahn des Schmerzes übrig. Die tausend Zähne der Kunst singen tausend unterschiedliche Lieder. Es gibt einen kalten Krieg und es gibt einen heißen Krieg und beide finden im versehrten Frieden statt. Wenn wir wissen oder zumindest wissen sollten, wie sehr der Krieg alles negiert, was uns wertvoll ist. Wieso bekämpfen wir ihn nicht entschiedener in Friedenszeiten? Wieso werden Soldaten und Generäle im öffentlichen Raum geehrt, mutige Deserteure hingegen totgeschwiegen, abgesehen von einem einzigen Mahnmal in Wien, das wie ein Alibi wirkt, errichtet nach 60 schamhaften Jahren? Und was bringen wir unseren Kindern bei? Vor einigen Wochen habe ich zu einer Schullektüre gegriffen, mit der ich einst sechs Monate lang gequält wurde. Julius Cäsar de Bello Gallico. Sie auch? Ich las das erste Kapitel auf Deutsch. Es war entsetzlich. Dieser Unterrichtstext ist eine Apologie des Massenmords, verfasst mit der selbstgefälligen Herrlichkeit eines siegreichen Feldherrn. Und sowas mussten wir durchpauken? Warum? Um das lateinische Wort für abschlachten zu lernen? Interficere kommt ja oft genug vor. Um es konjugieren zu können? Interficio, Interfezi, Interfectus, Interficio, Interfezi, Interfectus und am wichtigsten Interfezerund. Es wurden alle abgeschlachtet. Was haben wir aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelernt, wenn nicht dies? Nationalismus führt zu Krieg. Nur eine Frage der Zeit. Nationalism Kills verkündete ein Plakat in England, als das Land 1975 über den EU-Beitritt abstimmte. Diese Lehre vergessen wir immer wieder. Im Jahre 2022 können wir nur mehr zerknirscht sagen Quod erat demonstrandum. Und uns trösten mit einem beschwingten »Humanum errare est«, oft zitiert, immer unvollständig. Denn bei Augustinus heißt es »Humanum fuit errare«, »diabolicum est per animusitatem in errore manere«. Was ich übersetzen kann, Julius Cäsar sei Dank, Irren ist menschlich, durch Arroganz im Irrtum zu verharren, jedoch teuflisch. In Friedenszeiten streift der Tod manchmal als Geld getarnt durchs Land, sabotiert Tradition, vergiftet das natürliche Rechtsempfinden. Der heiße Krieg, das ist zum Beispiel Extraktion. Damit ist nicht nur das Herausziehen eines Zahns gemeint, sondern auch das Ausbuddeln von Bodenschätzen. Der Grund für die systematische Gier unserer Zeit liegt unter der Erde. Wir können uns nehmen, was uns untertan sein soll. Wir haben Techniken entwickelt, um in kürzester Zeit sehr viele Schätze herauszuholen. Was in Millionen von Jahren entstand, verbrauchen wir in einem Jubeljahr. Nickel etwa. Gefördert beispielsweise durch ein Bergbaukonzern namens Solvay. Nur wer glaubt, es wäre akzeptabel, die Sparkasse zu überfallen, um Fidelio auf die Bühne zu bringen. Kann so tun, als wäre Sponsoring wertneutral. Darf sich die Kunst von mafiös organisierten Konzernen oder von Firmen finanzieren lassen, die brutale Ausbeutung betreiben, von Mensch und Natur? Nein. Wir müssen stets genau hinschauen, auch nach Guatemala, auf einen See, wo die Tische Tod auf dem Wasser treiben. Deswegen es richtig und richtungsweisend war, dass die Festspiele in diesem konkreten Fall eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben haben, die zu einem Abbruch der Beziehungen zu Solvay geführt hat. Ich war nicht an diesem See. Ich weiß wenig über Nickel. Aber ich war in Sierra Leone, wo Diamanten abgebaut werden. Und ich kann berichten, wie Extraktion funktioniert. Das könnte sie interessieren. Aus der Ferne sehen die Erhebungen wie Hügel aus. Aus der Nähe erweisen sie sich als Geröllhalden bis zu 50 Meter hoch. Steht man mitten in Koido City, links die Commercial Bank, rechts die Union Bank, sieht man am Ende der Flucht eine dieser Halden. Und versteht auf einmal das deutsche Wort Bergbau wortwörtlich. Wenn die Sprengungen erfolgen, erzittert die ganze Stadt, erbeben alle Häuser. Straßen werden blockiert, alle Arbeit ruht, die Mine herrscht über alles. Die Erde unter Koido City birgt Diamanten. Oft wird behauptet, die Menschen vor Ort hätten nichts von dem Boden schätzen. Das ist falsch. Sie haben gravierende Nachteile. Statt Wohlstand, Stagnation und Verarmung. Nach einem langen Bürgerkrieg finanziert von diesen verfluchten Diamanten auch Blutdiamanten genannt. Das Prinzip ist einfach Sklaven und Söldner. Die einen holen die Diamanten aus der Erde, die anderen schützen die Ausbeutung. Die Minengesellschaft hat nichts für die Stadt und die Region getan. Es ist keine Infrastruktur sichtbar. Die lokale Bevölkerung ist aus Sicht der Konzerne überflüssig. Sie wird als Arbeitskraft zunehmend weniger benötigt. Zudem ist sie im Weg, denn die Vorkommen liegen unter der Stadt und den umliegenden Dörfern. Vor einer der Gerüllhalden sitzen 30 Frauen auf Felsbrocken, erschöpft nach einem langen Tag der Steine klopfenden Monotonie. Sie haben keine Werkzeuge außer einigen hämmern und hacken. Die Beine sind zerschnitten, die Hände schwielig und jeder einzelne schaut zehn Jahre älter aus, als sie ist. Sie besitzen kein Land und andere Arbeit gibt es nicht. Dieses gewalttätige Verfahren wird Okkupationswirtschaft genannt. Gemeint ist die hemmungslose Nutzung vermeintlich herrenloser Güter. In Guatemala tauschen wir unseren Reichtum an Bodenschätzen gegen Brosam aus, notiert der Anwalt Rafael Maldonado in einem Facebook-Eintrag am 12. November 2021. Das Bergbauunternehmen verdient Milliarden im Jahr und zahlt uns Almosen, während es Zerstörung und Verschmutzung hinterlässt. Gelegentlich gibt es Proteste. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Die Armee marschiert ein. Danach kehrt wieder Friedhofsruhe ein. Was in Guatemala und Sierra Leone geschieht, ist permanenter Krieg gegen unsere Mitmenschen, gegen die Natur. Vor wenigen Wochen erst erklärte der UN-Generalsekretär, wir müssten endlich unseren sinnlosen und selbstmörderischen Krieg gegen die Natur beenden. Ein Krieg, bei dem wir das Notwendige und Schöne vernichten, oft um Überflüssiges zu schaffen. Die zynische Erwiderung, wer unter uns habe schon saubere Hände, darf nicht gelten. Wenn Wohlstand nur entstehen kann, in dem Mitmenschen geknechtet werden und Natur zerstört wird, dann wird es höchste Zeit, das System zu ändern, nicht nur die Sponsoring-Regeln. Die Sieben, die Drei und das Ass. Was ist den Künstlern aus unserem Triptychon widerfahren? Der Bandleader Leonid Utyosov überstand den Abend im Kreml, wie auch eine wüste Kritik von Maxim Gorki in der Pravda, der darin die Jazzmusik für die sexuelle Degenerierung verantwortlich machte und als Musik der Dicken abkanzelte. Utyosov beugte sich und bückte sich, trat hunderte Mal an der Front auf und schrieb Memoiren, in denen er Odessa diesen quirligen Zusammenfluss der Kulturen mit zuckersüßer Nostalgie und volkstümmelnder Banalität übergoss, getreu den russischen Projektionen auf dieser Hafenstadt am Schwarzen Meer. Weinberg hatte es schwerer. Er floh vor den deutschen Truppen aus Warschau nach Münsk, später nach Taschkent, schließlich nach Moskau, auf Einladung von Shostakovich. Seine Familie wurde von den Nazis ermordet. Im Februar 1953 wurde er verhaftet wegen bürgerlichem jüdischen Nationalismus, weil er angeblich auf der Krim eine jüdische Republik errichten wollte. Wer sich dieser Tage über die propagandistischen Tiefflüge Moskaus wundert, sollte sich vergegenwärtigen, dass Putin ein gelehriger Schüler Stalins ist. Stalins Tod rettete Weinberg das Leben. Er mühte sich ab, über die Runden zu kommen, war nie mehr frei von Angst. Opus 138 ist betitelt Krieg. Kein Wort ist grausamer. Opus 143, die Banner des Friedens. Und sein Meisterwerk, die bereits erwähnte Oper, die Passagierin, wurde erst 2010 in Bregenz szenisch uraufgeführt, 14 Jahre nach seinem Tod. Und das vermaledeite As? Pik Damm? Puschkin, der die Vorlage für das Libretto schrieb, verbrachte das Jahr 1823 in Odessa. Eine glückliche Zeit, wenn auch unter Aufsicht zaristischer Schergen, die einen seiner Briefe abfängen. Der Dichter erwähnt darin, er studiere Atheismus bei einem tauben Engländer, der bewiesen habe, dass die Seele nicht unsterblich sei. Puschkin wurde daraufhin in die Verbannung geschickt. Und Tchaikovsky? Wird neuerdings nicht mehr aufgeführt. Nicht in Polen, nicht in Wales. Sein Name wird in der Ukraine von den Straßenschildern entfernt. Angeblich werde er, der an der Intoleranz gegenüber seiner eigenen Sexualität zugrunde ging, von einem homophoben Moskauer Diktator und seinen erbärmlichen Schergen propagandistisch vereinnahmt. Der Krieg verwirrt das Denken. Und Isaac Babel, der Dichter Odessas. Er erlitt das grausigste Schicksal. Nach drei Tagen ununterbrochener Verhöre und Folter unterschrieb er ein Geständnis. Er habe ausländische Spione jahrelang mit den Geheimnissen der sowjetischen Luftfahrt versorgt. Eine reine Erfindung. Und zudem abgekupfert. Aus einem seiner Werke. Einem Drehbuch über Intrigen und der Wissenschaftlern in einer Fabrik für Luftschiffe. Babel, der scheue Chronist des Krieges, wurde exekutiert. Sein letzter Roman, den er als sein Meisterwerk betrachtete, ist für immer verschollen. Die Sieben, die Drei und das Ass. Garantierter Gewinn, aber nur für Kriegsprofiteure, für Machthaber, für einige wenige Privilegierte. Alle anderen müssen auf Untergang setzen. Und so marschieren wir weiter. Zu martialischer Gebrauchsmusik. Eingesperrt in einem rhythmischen Käfig. Der Taktstock, ein Gitterstab. Jedes Mal, wenn Marschieren wichtiger wird als Musizieren. Manchmal wirft der Marsch seine Stiefel ab. Ein weiteres Lied aus Odessa. So desko go kitschmana. Da knistert und knastert es. Bass und Blech. Seht, zwei Knackis. Sie taumeln der Freiheit entgegen. Wundschwer. Herzwund. Die Fragen der Klarinette flattern im Rhythmus des Gesangs. Wofür kämpfen wir? Wofür vergießen wir unser Blut, während die da oben prassen und saufen? Die Tuba rülpst? Gestorben wird mit einem Lächeln, mein Freund, mit einem Lied auf den Lippen. Und es endet derart abrupt, dass wir in der Stille hängen. Vor Jahr und Abend saß ich in der alten Oper zu Frankfurt inmitten des orchestralen Wunders namens Ensemble Modern. Ein Marsch von Helmut Lachenmann wurde angestimmt. Was Hand, Kanten, Bügel, Falten steif begann, löste sich zunehmend auf. Die sturen Takte desertierten. Die Befehlshoheit der stiernackigen Rhythmen wurde zerlegt. Ich fühlte ein existenzielles Wohlbefinden und dachte an eine Anekdote aus dem Ersten Weltkrieg, als ein überäufiger italienischer Offizier aus dem Schützengraben sprang und mit einem fulminanten Avanti seine Truppe zum sinnlosen Angriff aufforderte, worauf die Soldaten ihre weißen Taschentücher herauszogen und ihm hinterherwinkten. Ciao, ciao, Kommandante. Desertieren wir also aus der Eintönigkeit des Krieges in die Schönigkeit der Kunst. Es war die im Vorfeld erwartete hochpolitische Festrede von Ilja Trojanow rund um das komplexe Verhältnis von Kunst und Macht. Mit klaren Worten kritisiert er, dass es seit Kriegsausbruch nur noch einen, den einzig, angeblich wahren Ton gebe. Trojanow mahnt, dass Nationalismus immer zu Krieg führe, diese Lehre aber leider immer wieder vergessen wird. Der Kunst komme hier eine wichtige Rolle zu, denn gegen den Aufschrei der Kunst gäbe es keine Immunisierung, während man bei Fernsehbildern etwa sehr wohl abstumpfen könne. Trojanow kritisiert auch weltweit tätige Konzerne, die von Gier geleitet seien. Einige davon würden einen permanenten Krieg gegen Mensch und Natur führen. Daher appelliert Trojanow an die Politik, eine generelle Systemänderung vorzunehmen. Und nun folgt ein Stück vom ukrainischen Komponisten Valentin Sylvestov, stille Musik für Streichorchester.